gezeigt zu haben. Und eine Repair-Facility baue ich mal ganz vorne hin. An der Front. Ich forsch mal Kanone und Oberforsch ich mal hier zu hoch. Wer das dann automatisch bei mir ausgegraut ist, wenn du das erforscht, oder? Im Kostenherz. Achso, das ist alles das Herz. Ja, hier erforscht das einzig Wichtige, mehr Panzer rum. Das erforsche ich auch, aber egal. Nee, du forschst gegen eine andere Panzerung. Ich hatte da kein Herz. Ich hab nur so viel in der Forschung. Noch mehr Panzerung, bitte. Und, äh... Ja, es dauert ein bisschen, bis das jetzt übertragen wird. Äh, Synapsen, Scheiße, und... Ähm... Bunker? Nein. Ketten? Hm, Automatik-Syborg-Fabrik. Ich baue so viel nicht Cyborgs, da muss ich wenigstens die Fabriken voll hochgerüstet haben. So, und dann möchte ich bauen so ein paar... so ein paar Energiegeneratoren noch. Die ich nirgendwo hinbauen kann, warum kann ich... kann ich nicht mehr als drei Stück bauen, oder was? Oder ist das jetzt das Modul hier? Ja, so, Kraftwerke. Äh, doch, die kannst du bauen, aber nicht gleich die errettete Version, du musst erst mal die... Ah, ja, ich seh schon. Wie viel kann man noch von diesen Generatoren bauen? Acht Stück. Okay. Zwei... Ich komm, lässt mir los, passiert der Scheiß. Ach, jetzt fünf. Okay. Sechs... Äh, sieben... Acht. Gut, passt. Mir geht nicht mehr gut. Hallo, ich... Ich hab hier Forschung zu erforschen. Äh, Mörser wollen wir nicht, der war scheiße. Nein, das wollen wir nicht, das erforscht schon Delfino. Das kann nix taugen, so. Jawohl, mehr Reparatur ist immer gut. Ja, natürlich mehr Panzerung, natürlich. Ich hab, äh, diesen Lookout-Tor hab ich wieder rausgeschmissen, sieht man vielleicht. Ich hab keine Ahnung, wovon du redest, aber passt schon, so. Noch mehr Panzerung. Das einzig wichtige, Panzerung und noch mehr Panzerung. Ein kleiner Scavenger-Turm war das, wo einer rausgeschaut hat. Ah, jetzt muss ich erst mal kurz gucken. Aufbildlich. Das erforscht du ja, glaub ich, noch. Ähm, ich muss erst mal hier bauen. Also eins, zwei, drei, fünf, sechs... Boah, schwarze Fabriken sehen so scheiße aus. Das lässt du sie auch drin. So, Gas-Turbine, jawohl. Als Deutscher kenne ich mich aus mit Gas-Turbine. Deine sehen ja ganz gut aus, aber meine sehen so scheiße aus. Weil ich halt schwarz bin, weißt? Was? Ein schwarzer? Was wollen wir mal sehen, wie lang du das hier bist? Okay, das weiter aufrüsten. Der Chat schreibt nichts und... Moment mal, ich hab mehr Zuschauer. Wer guckt denn da noch zu? Okay, sie sind auf jeden Fall nicht angemeldet. So, ich brauche... Demo will irgendwas von mir. Over. Ja, was soll... Ach, ich kann die ja noch aufrüsten. Ganz vergessen. So, was brauche ich? Ich brauche noch mehr... Harte... Ich brauche... Nee, nicht Cyborg. Ich brauche... Improved Engineering. Klingt gut. Und ich glaube, ich brauche noch mehr... Lass du auf? Was denn? Nix. Mit dir Energie zu fressen. V-Tool. Das reicht genau vor uns da. Das reicht genau vor uns. Ach, man kann das auch von hier oben bauen. Wieso sagst du mir das nicht? Nee, kann man nicht. Kann man eigentlich nicht. Ich kann es noch markieren, aber er baut es nicht. Okay. Ich lasse die Hälfte übrig, also... Ist doch gelogen. Habt ihr das gehört, wie er mich angelogen hat? Das haben alle gehört. Man kann sowieso nur 30 Ölbautürme bauen. Was? Ich sag mal, man kann sowieso nur 30 Ölbautürme bauen. Müsste das nicht 32 sein? Theoretisch, ja. So, ich muss erst mal... Zu viel Text, zu viel Spielen, zu viel alles. So, gut. Ich bin gänzlich überfordert. Wunderbar. Genau, was ich in Let's Place gebraucht habe. Mehr Überforderung. Wo würde er bauen? Gasturbine. Ja, ordentlich. Gasturbine. Ein Sensor-Upgrade. Ein Sensor-Upgrade. Das ist verpackt zu sein, diese Ölbautürme da. Ich kann die nicht bauen. Mit dich möchte ich auch nicht bauen wollen. So. Ich möchte scheinbar noch mehr erforschen. Ich liebe es, Spiele zu erforschen. Ich liebe es, wenn ich Spiele erforschen kann. Größeren Motor kann man immer machen, ne? Was ins Auto reinpasst. So, V-Tools. Noch mehr Forschung. Okay. Ja, mach noch einen Sensor-Upgrade und lass mich in Ruhe. Ich gucke erst mal gleich, ob die KI überhaupt passiert. Was muss ich denn da überhaupt für einen Truck bauen? Ich brauche... Wheels? Ne, Wheels glaube ich nicht. Huber? Oder V2? V2, nee. Truck. Ich möchte einen Truck anbringen. Sehr gut. Gut, und das möchte ich jetzt bauen. Da gehe ich in die Fabrik und habe, glaube ich, schon wieder was falsch gemacht. Hallo, Fabrik? Nein, habe ich nicht. Okay. Baut auf und auch gleich mal viel. Wie hat man hier die Flaggen gesetzt? Schon mal nicht. Äh... Ah! So, ich erinnere mich nicht. Ich kann mich nicht erinnern, dieses Spiel schon mal gespielt zu haben. Ich hätte das schon mal gegeben. Nein, ich werde jetzt Twitch nicht wechseln. Dämon schon wieder. Ich werde mich nicht bei 2 Milliarden Seiten anmelden. Ich hasse es. Ich musste mich ja schon bei der anmelden, das war schon scheiße. Oh, ein paar Panzer kann nicht schaden. So, ist noch wer im Chat. Ja, und wir gucken wieder nur noch 2 zu. Sehr gut. Ähm... Ich habe da, glaube ich, ein paar mehr gebaut, als ich wollte. Achso, nein, das sind die ohne Hoover. Nein, die haben auch Hoover. Die sind von mir. Die habe ich hier gegeben. Achso. Das sagt der mir jetzt, der Kerl. Das sagt dir doch das Spiel auch. Ich habe hier noch mehr zu tun. So, ich muss erstmal wieder Forschung jetzt anwerfen. Was wollen ich denn? Ja, noch mehr Panzerung natürlich. Panzerung, Baby. Und einen neuen Motor gibt mir auch noch. Jawohl. Und was haben wir da noch? Das erforscht du schon. Cyborgs wollen wir alle können bauen. Ja, eine größere Gasturbine, klar. Genau, was Onkel Dolph gewollt. Ja, und mehr normale Nepsus-Dinger da, klar. Wo soll das? Was soll das? Kommandoturret. Hör mir bloß mit denen auf. So, gut. Warum baut ihr nicht mehr Öl? Ich weiß es nicht. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Warum blinkt es da unten links? Ja, das ist ein bisschen verpackt. Ich glaube, da gibt es Öl. Das sagt mir jetzt so mein Gefühl. Hat sich da eben gerade der Boden abgesenkt, dass ich hier Zeug gebaut habe? Ja, mir auch. Das ist ein bisschen verpackt da, glaube ich. Ein bisschen, ja, ja. Das habe ich noch nie gesehen, sowas. Ach, ach, jetzt haben sie festgestellt, dass da hinten auch noch welche sind. Interessant. Ja, und hier bewegt sich der Bodenwindow. Sehr gut. Ähm, ja. Was soll das? Ja, die KI macht sehr viel. Das ist nicht die KI? Was ist das? Das ist die komplette Engine. Hallo? Nein, ich meine jetzt hier unten die KI. Das macht nämlich gar nichts. Scheiße. Das kriegt mich am Arsch. Vielleicht macht sie was, wenn die Bauzeit abgelaufen ist. Mal gucken. Dann legst du richtig los und überrennt das in zwei Minuten. Ich kann... Wo kann ich denn da noch... Ich kann teilweise keine Öldinger draufbauen. Nein, das ist verpackt. Das konnte ich auch nicht auf der anderen Seite. Ach so, deswegen wolltest du mir die eine Seite geben. Natürlich. Ist das deine Karte oder gibt sie schon so mitgeliefert? Nein, das ist meine Karte. Das erklärt einiges. Die hat aber normalerweise immer funktioniert. Also dieser Bug ist neu. Hallo? Ob das mit der Version hier zusammenhängt. Äh. Muss ja. Nö, muss es nicht. Die machen hier grad physikalisch unmögliche Bewegungen. Nö, das ist ein bisschen lustig. Oh, ich soll vielleicht mal wieder Forschung in die Pipeline werfen. So, mehr Panzerung, klar. Es hat natürlich keine Ahnung mehr, was hier gut und was schlecht ist. Ja, mehr Panzerrohren kommen. Ähm. Ach, Moment. Ich seh... Ah, die eine Ölquelle sehe ich gar nicht. Kann aber allerdings denen befehlen, dass er da was hinbauen soll. Ja, ja. Normalerweise ist da überall Öl. Ich kann es ihnen befehlen, dann sehe ich kurzzeitig das grüne Ding, aber sie bauen dann irgendwie nichts. Okay. Und hier steht irgendwie nur so eine halbe. Da hinten hat sich der Boden hochgehoben, als ich da was hingebaut hab. Weswegen da hinten jetzt ein Stück Land ist. Hahaha. So schön. Ja, und ich hab grad schon so ein bisschen delayed. Toll... Tolle Bieder, der Johnny. So, kann ich dir noch was... Hier kann ich noch eins hinbauen? Mal gucken, wo ich überall eine hinbekomme. Hm. Hier noch? Öh. Und dann hat sie das schon erledigt. Gut, Gruppenzuweisung hat ja funktioniert, sehr gut. Klar. Ich brauch mehr Öl. Noch ein modernes Spiel. Naja. Das Spiel ist total scheiße für all den Mann. Also zumindest die Mod dazu, die sollte mal überarbeitet werden. Sollte mal eine aktuelle Version von rauskommen. Ja. Könnte man mal wieder machen, ne? Ja, vor allem ich hab den Fix schon drauf. Immer noch verpackt. Was sind das für ein Fix? Was hat denn der gefixt? Hat er vorher überhaupt irgendwas gestartet? Ja, also ohne den Fix kannst du hier keine Einheiten bauen. Oh. Wie ist denn das? Wie kann man sowas übersehen? Delfinio! Naja. Müsst du mal hier Games irgendwann mal anfangen? Ja, das ist meine Bewährungsmod, weißt du? Ich glaub's gleich! Also man konnte schon Einheiten bauen, so ist es nicht, aber man konnte keine herstellen. Also Krieten. Krieten. Konnte man nicht. Die KI legt ganz schön los, du, ne? Also im Vergleich zu früher ist die schon, ne? Aber schon so, ne? Sonst will ich mal gucken, ob ich hier hinten das Wasser auch glitschen kann. Ich will hier auch eine Landerhebung erzeugen. Okay, okay. Vier Minuten noch, dann macht die KI vielleicht was? Dann geht's ja voll ab, Mann. Ich glaube aber nicht daran. Also ich denke nicht, dass die irgendwas macht. So, ich baue jetzt mal hier und es ist... Nein, hier ist es ein bisschen abgesunken, statt aufgestiegen, so wie es aussah. Ja, hier sind es so ein bisschen abgießt. Normalerweise müssten die was machen, weil ich habe da ein ganz gerne an der KI. Naja. Vielleicht habe ich irgendwas gemacht, was jetzt inkompatibel wirkt auf die KI. Ich habe hier ein... Aber wir haben schöne Musik, ist auch was. Wow, Twitch delayed schon ein bisschen. Kann ich noch ein Öl-Devices bauen? Nein, ich habe scheinbar schon das Maximum erreicht, okay. Ähm, was will ich denn noch bauen? Vielleicht habe ich den Balken für die KI auch zu weit runter gedreht. Ich pack gleich mal meinen Balken aus. Gut, wie es aussieht, kann ich keine weiteren Öl-Dinger mehr bilden. Gut, dass ich die letzten zwei da hinten das Wasser gesetzt habe, wo die KI nicht gleich hinkommt. Aber jetzt geht die Framerate doch so ein bisschen in den Keller. Ich gucke mal, ob im Stream noch alles Clearchen ist. Weiterhin droppe ich keine Frams. Das ist nur leicht unflüssig, das ist unschön. Ich kann nur leider nichts mehr schließen. Oh oh. Vielleicht mal die Aufnahme neu starten. Soll ich das jetzt riskieren? Kann man hier Pause machen? Ähm... Nee. Also Pause ist nicht im Multiplayer. Okay. Dann starte ich es einfach ohne Pause mal neu und es wird irgendwie nicht ganz besser. Ich scrolle mal irgendwo hin, wo weniger... Ah, da oben geht es wieder flüssig, okay. Alles gut. Alles gut. Nee, nicht wirklich, ich rede es mir nur ein. Was will ich denn erforschen? Ähm... Mehr Thermalarmor, glaube ich. Ich weiß auch nicht, warum ich die Thermalarmor erforschen will. Autorepair... Advanced Engineering. Was? Der Rüstung ist immer gut. Ähm... Ich will super konkrete Panzerung haben, Alter. Kannst du mal Autorepair erforschen? Was? Ich kann vielleicht mal KI erforschen, hm? Ich wäre vorstanden, Autorepair. Gibt es nur diese eine KI in die, oder? Hast du doch zwei eingestellt. Ne, es sind doch zwei. Steht doch nur einer rum, oder? Nein. Oh, tatsächlich. Rechts sind zwei. So wie wir auch zwei sind. Gut, ich fahre auch mal runter. Mit allem, was ich habe. Also... Also nichts. Das ist voll die hässliche Map, weißt du das? Finde ich schön. Ja... Okay, das ist, glaube ich, jetzt gerade so ein bisschen unflüssig. Und... Es delayed schon so ein bisschen. Aber ich habe keinen Bock, mich jetzt bei noch mehr Streaming-Seiten anzumelden. Und da auch noch zu streamen. Und... Ja, ich hätte bei mir Energie, bitte. Und... Hat er nicht Base-Struktur-Materials MK3. Klingt doch gut. Ich hätte gerne mehr Frames. Aber das Schöne ist, ich streame gerade mit dem Preset... Fast. Da können wir noch Luft nach oben. Das heißt, ich könnte zum Beispiel Faster nehmen. Ich glaube, Very Fast oder so ist empfohlen. Also ich habe da noch ein paar Stufen nach oben. Und ich glaube, ich werde noch eine hochschalten. Auf jeden Fall auf Faster. Das wird zwar die Qualität etwas reduzieren, aber... Das sind jetzt die Streaming-Einstellungen, von denen du redest. Ja, ja. So, und deine KI ist echt toll. Ja, die macht immer noch nichts. Die Zeit ist abgelaufen, aber... Toll. Oh, das komprimiert, glaube ich, schon ganz heftig. Das ist dann zwar schlechtere Streaming-Qualität, aber... Also was heißt schlechter? Letztes Mal war sie zu schwer, heute ist sie zu einfach. Ja, toll. Machst du mal kaputt, dann starten wir ein neues Spiel. Ein Minimum, Minimum, Minimalding, höher. Und dann geht's los. Ey, dann mach ich sie mal so mittig oder so. Oh Gott, wir werden sterben. Gibt es hier keinen Heavy-Panzer? Nee, haben wir nicht erforscht hier. Wir wollen natürlich... Nein, es gibt erst Medium und die musst du alle erforschen und dann gibt's Heavy. Ja, natürlich Trucks, Baby. Trucks und... Und... Jetzt haben wir natürlich keine richtige Kanone, ne? Ja gut, machen wir eine Artillerie draus, komm. Ich erforsch mal die mittleren Rümpfe. Ich erforsche mal ein paar Panzer. Damit wir irgendwann die schweren erforschen können. Es wird keinen schwer mehr geben, wenn ich fertig bin. Ja, wir sind ja gleich fertig, ne? Ja, ich... Ich räum da jetzt mal auf. Heavy Repair Turrets, sehr gut. Gibt's ja auch irgendwie schwere Kanonen. Twin Machine Gun, ja, das klingt nach etwas, was ich haben möchte. Nuklearreaktor nehme ich. Nein, du musst die Upgrades erforschen für schwere Kanonen. Dann kriegst du irgendwann. Ich mach das mal. Ich nehm Mini-Rockets, so. Und noch mehr Rockets. Und noch mehr Rockets, hey!